Moin Leute und willkommen zurück. Wir sind mal wieder bei einer schönen Runde Minecraft Turf Wars und ja, das ist schon die dritte Folge in Reihe, aber ich hatte die letzten beiden Aufnahmen so viel Spaß dabei, dass ich mir dachte, komm dann, dann machst du halt ein, zwei mehr. Ja, eventuell gibt es dann ab morgen wieder Minecraft Turf Wars oder Survival Games, das weiß ich noch nicht, oder eventuell sogar wieder eine Runde Turf Wars, je nachdem, wieso die Lust und Laune da ist. So, jetzt bauen wir hier doch auch ein bisschen weiter höher. Den schließen wir uns doch einfach mal an. So, wie lange haben wir noch? Acht Sekunden. Jetzt müssen wir noch viere. Warte, gucken, der da hinten nervt mich gerade ein bisschen. Nein. Oh, Crap, ich wusste, dass es hier auf mich schießt. Ich wusste, das hätte ich mal... Hätte, hätte, Fahrradkette. Habe ich aber nicht. So. Ja, nice, getroffen. Warte, gucken. Den haben wir auch getroffen. Den haben wir auch getroffen, perfekt. Nein. Den wollte ich nur noch... Oh, jetzt leckt es. Er ist leckt. Er ist leckt. Nein, verflucht. Der ist auch bei unserem Spawner. Okay. Wir haben gerade so ein bisschen problemiert, wenn wir hochzukommen jetzt. Crap. Oh. Habe ich mir vorhin den Schuss? Oder habe ich es sogar noch getroffen? Da habe ich es sogar noch getroffen. Das gibt es doch gar nicht. Und jetzt habe ich schon wieder keine Steine mehr. Das altbekannte Problem. Keine Steine, sage ich schon. Keine Pfeile. Ein bisschen durcheinander heute. Ein bisschen Brain-Off-Car. Ja. Yes, getroffen. Hi. Da bin ich ein bisschen du. Ich bin ein bisschen tot. Bämsch. Das ist immer so ein bisschen rumbacken. Rumbecken. Rumbecken. Ich drehe gleich durch. Die deutsche Sprache ist heute nicht mein Freund. Rumbecken. Ja. Hier springen wir ein bisschen weiter. Wie lange haben wir noch? Neun Sekunden. Ja, locker kriegen wir hier noch was Gescheites hingebaut. Ja, so gar nicht. Ah. Was ist denn das jetzt heute am Backen? Oder am Lecken vielmehr gesagt. Backen ist das ja nicht. So. Und aufs nächste. Aber noch Firmware. Mit einer. ja. Annehmbaren. Grüße. Angenehm. Leute. Heute kommt echt nur Schrott bei rum, wenn ich irgendwas sage. Ich meine dann mit einer angenehmen großen Anzahl an Blöcken führen wir. So, ähm. Einmal weg. Kommt schon. Da muss doch noch was gehen. Nein. Der ist weg. Oh. Oh. Nein, nein, nein. Das Krümelmonster. Ist schon ein Krümelmonster, oder? Sehe ich nicht mehr. Aber es sind nur noch fünf Blöcke. Das kriegen wir doch hin. Und zwar ganz easy. Jetzt sind es nur noch sieben. G'schweppet. G'schweppet. Oh, g'schweppet. Jetzt holen sie wieder auf. Och, bitte nicht wieder so ein langes Ding. Es können in sich so schön schmackhaft kurze Runden werden. Wenn's läuft. Wenn's nicht läuft, dann zieht sich das auch ganz gerne mal. Boah, was hier ankommt an Pfeilen. Okay, okay, okay. Weiter vor, weiter vor, weiter vor. Wir müssen die Verteidigung wieder aufbauen. Die Verteidigung. Zum Beispiel hier hin. So. Shit. Oh. Yes. Oh, das sind diese... Runner. Verflucht. Nein. Gehst du weg? Das gibt's doch nicht. Oh, das ist am lecken. Das ist am lecken. Verdammt noch eins. Oh, da hab ich ihn vor... Ah, crap. Nein. Die Troller. Los. Was ist denn heute los mit dem Server? Das kann doch nicht wahr sein. Yes. Yes. Das war sogar der Siegelschoß. Wuhu. Gut, aber nach dieser chaotischen, durcheinander... Ja. Blöden Runde, sagen wir es einfach mal so. Gibt's gleich die zweite Runde bis denn... So, willkommen zurück zur zweiten Runde. Und ich hoffe, die wird nicht so chaotisch wie die erste. Da war ich ja ein bisschen sehr Brain-Afkar. So, ach, das Team-Map. Hatten wir ja schon länger nicht mehr. Ähm. Junge, nicht gleich auf den ersten. Wenn ihr auf den ersten Block gleich was drauf baut, oder auf den ersten... Auf der ersten Linie. Auf der Linie vom Blau zu Rot. So, einfach beschrieben. Ähm. Dann ist die sehr schnell weg. Weil, sobald einer von uns abgeschossen wird, geht die ja weiter zu unserem Spawn. Spawn. Und wenn wir einen Blauen abschießen, geht das weiter zu deren Spawn, die Linie. Die verschiebt sich ja. Wenn ihr gleich hier vorne was hinsetzt, und wir werden zuerst abgeschossen, dann ist sie sofort weg. Dann ist der Schutz sofort... Nicht mehr gültig. Ja, wie ihr es gerade gesehen habt, die Mauer ist weg. Wow. Den hab ich gar nicht mehr mitbekommen. Den hab ich gar nicht mitbekommen. Triffen wir da wen? Ne, den kriegen wir nicht mehr. So. Was haben wir denn hier Schönes? Yes. Na, schade. Na, die wollte ich doch haben. Die wollte ich doch. Okay, die... Troller, Mann! Mann, was ist denn das? Aber wir führen wieder. Und wir können jetzt... Ja, komm, Leute, jetzt so ein bisschen anziehen vom Tempo her. Dann kriegen wir das doch hier locker durch. Okay, die bauen sich eine Brücke gar nicht mehr so doof. Aber ich stell mich gerade doof an. Und zwar ganz gehörig. Nee, das ist kein blauer. Der hat nur einen blauen Skin. Ja! Wir gucken. Nein! Den Mopskin. Oh! Ich brauch das nicht nochmal abgeschossen zu werden. So. Der drinnen... Das ist noch am lecken. Das ist echt noch am lecken, leider. Hab ich auch wieder irgendwen getroffen? Was? Jetzt können wir aber bauen? Hier, schick. Hier, schick. So, wir gehen mal so ein bisschen in Deckung. Dass wir gleich bestimmten... Pfeilhagel geben. Nein! Schade. Ja gut, das war schon sehr schwer aufzuholen für die. Gerade, wenn wir da direkt vor deren Tür stehen. Gut, aber ich würde euch sagen... Ey, ich würde sagen, wenn euch die beiden Folgen gefallen haben... Trotzdem, ich so Brain-AFK war, diese Folge. Bewertungen gerne da lassen. In Form von Daumen nach oben. Gerne natürlich auch einen Kommentar oder sogar ein Abo. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns die Tage wieder. Bis dahin. Haut rein. Ciao.